Kommst du zur Performance Floor, machst du Arbeit dort, dann machst du so. Diese Handschuhe, die kommen von Pristina. Machst du Bode, diese große Bode. Servus Performance Floor, Freunde und herzlich willkommen hier in Österreich, in Graz. Wir sind nämlich hier beim Low Society. Zusammen mit Performance 61 und Cow Must Haves sind wir hier im Hangar und zwar bei der Airbase One in Graz. Hier vom Fahren gerade noch ein bisschen Schlapperluck, gut, gut, gut. Zeig Schuhe, ich zeig Schuhe, gut. Das heißt, wir sind jetzt gerade angekommen. Ihr seht, die Performance Floor Paletten stehen noch da. Jetzt heißt das aufbauen. Und was ist hier überhaupt? Es ist ein großes Treffen. Es ist eigentlich das größte Treffen hier in Österreich neben Wörthersee. Und der Dominik hat letztes Jahr schon angefragt und hat gesagt, hey Gianni, ihr müsst unbedingt kommen. Bringt Performance 61 mit, bringt Car Must Have mit und man hört, es geht hier ganz schön ab. Ja, vielen Dank. Ein kleiner Mini-Cubo ist das, gell? Nein, echt? Nein. Ja gut, das heißt, wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an mit Aufbauen und dann, wenn alles steht und sitzt, holen wir euch wieder dazu. Es geht los, Low Society ist eröffnet pünktlich um 10 Uhr. Megamäßig geil, habt ihr auch gerade gesehen. Und das heißt jetzt, ja Mundschutz ist Pflicht, logisch. Sicherheit geht vor. Corona haben wir leider immer noch. Hier seht ihr unseren Stand. Das heißt, wir haben hier den RS6 von Performance 61. Dann haben wir einen Lamborghini von Luxury, Österreich. Dann der RS3, den ihr auch schon kennt von Performance 61 und unser Eventfahrzeug, der Golf. Wir haben die Flächen dementsprechend auch gestaltet, dass es zum Auto passt. Was haben wir noch dabei? Wir haben unsere Caps dabei, wir haben unsere neue Farben dabei, wir haben unsere Duftbäume dabei. Wir haben uns dabei, gell, Enes? Ja, machen. Diesmal nur zu zweit. Voll gut. Also, kurz zu gestern. Wann sind wir angekommen? Wann waren wir um 16 Uhr? Ja. So um den Dreh? Dann haben wir angefangen, alles zu machen. Teilweise noch im Dunkeln Boden aufgebaut vor der Eventbühne. Wann waren wir fertig? Um 2 waren wir, glaube ich, fertig. Und wir zwei hätten das niemals geschafft ohne unseren Os und unseren Jochen von Performance 61. Jungs, ich weiß, ihr seht das Video. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich lasse mir das Dank sagen, jetzt nicht von dem kaputt machen. Nein. Vielen Dank an dieser Stelle. Jungs, ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Wir stehen übrigens hinter dir. Stehen hinter mir? Da sind sie ja. Also ihr zwei, ihr seht euch gerade selber an dieser Stelle. Vielen Dank. Ein kleines Moment. So, falls ihr das Video zählt, ihr zwei. Deswegen habe ich euch die Hand gegeben. Genau. Ja, es geht hier los. Die Wände ist hier eröffnet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Bildern. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Hop her. I tell Shorty drop it for a real one. Ja, go ahead and pop it, let me feel some Do it for the boy with a bag now Movie star money, making everybody act out I don't lie to these women, if I want them, then I tell them Don't get fly for these women, I was going with these propellers All my haters cannot be me, so I call them acapella See, I'm only getting better, you only get jealous You know that I run it Everything you wanna do, I already done it And I got your little boo, tell her if she let it I got this, I'm being lost Knock, 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 knock Das war das Slow Society hier in Graz Wir haben richtig viel gearbeitet, richtig geackert, aufgebaut und allem drum und dran Abbauen, ja, heimfahren, nee Deswegen haben wir Luxury Shuttle Service hier mit der Limo Der fährt uns jetzt heim in Schwarzwald Deswegen, wir sehen uns bis dahin, macht's gut Männers, einsteigen Ciao 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 Vielen Dank.